Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Wer macht das euch halt selber? Hallo meine Damen und Herren! Heute wieder mal ein Dennis Woinisch Video. Und es ist die Tage was passiert. Und zwar waren wir im Bastler Hangout sage ich mal. Beziehungsweise auf Discord haben wir gequatscht. Und hin und her sind dann irgendwie wieder auf Woinisch gekommen. Ja, als allererstes mal besucht man hier Tekut Eli seinen Kanal. Hier haben wir die Website noch. Dort.de Ich glaube es war .de oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Komm mal gucken mal schnell. Ja, .de. Ein Ort zum Verweilen. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, euch anmelden und so. Ja, Tekut Eli macht schon längere Zeit Videos übers Woinisch. Wenn ihr jetzt hier noch weiter gucken würdet, werden noch mehr. Aber aktuell ist uns hier vor ein paar Wochen fast einen Monat aufgefallen, dass das ein Kalender sein könnte auf der einen Seite. Und wir sind im nächsten Schritt. Und weiter. Wir haben wie gesagt im Discord bisschen gequatscht. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wie wir da drauf gekommen sind. Ich kann es nur noch mal so ein bisschen nachvollziehen. Und zwar haben wir dann wegen Aussprache und etc. hat er keine Spaßenshalber dann im Google Übersetzer. Hier können wir uns das ansagen lassen. Man sieht nicht wenig ob das dann mit drauf ist. Ich probierens mal. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 3. 4. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. es ist ein bisschen schlecht zu lesen aber wenn ihr euch das mal ein bisschen anguckt und mal ein bisschen offen seid sage ich mal dann kann man das schon erkennen und jetzt passt auf wir haben wir haben zum beispiel hier dieses wort ich ich interprete das mal als eine null oder das ist wahrscheinlich ein ha und das kann man schlecht lesen so hier ist das aber auch wieder hier auch wieder hier auch wieder hier auch wieder und das ist dieses wort was kai eben gemeint hat wie da damals gefahr wieso wiederholt sich das wieder immer andauernd dasselbe wort ja das ist tag also wie das nur ausgesprochen wird was das genau bedeutet und so das weiß ich auch nicht aber schwer ist dass es tag bedeuten sollte muss wie man das nun nennen war ich weiß nicht wenn wir uns ich kann das jetzt leider nicht mehr ich habe anscheinend hier eine andere qualität doch hier hier oben war das und zwar wenn wir jetzt mal uns das hier angucken also hier ist dieses wort o h c oder ich weiß es nicht mehr oder hier u h c oder irgendwas keine ahnung oder hier ist cc wobei hier ist es ja ohne cc nur mit einmal keine ahnung aber ich denke ich kann ich das ich hier einrahmen ich zum mal ein bisschen näher ran so jetzt also dieses schriftstück oder dieses wort oder was das ist meiner meinung nach bedeutet das tag also tag 1 2 3 ihr könnt ja noch mal in kai seine videos dazu angucken ist sehr interessantes thema auf jeden fall er hat dann die tage mal gezählt auf den er hat mal die tage gezählt quasi pro frau oder wie man das jetzt sagen will und dann kommt eben kommst du dann eben auf den kalender es ist nicht ganz 100 prozent exakt weil vermutlich hier im april da ist dann noch doppelt oder beziehungsweise geteilt und so das hängt aber glücklich mit dem jahreswechsel und so zusammen und auf jeden fall dieses wort wiederholt sich hier andauernd und immer wieder ne und das wird wahrscheinlich tag hießen weiter habe ich jetzt auch noch nicht geguckt und was uns aber dann auch noch aufgefallen ist und das fand ich auch noch sehr interessant okay und zwar haben wir dann überlegt was eben die buchstaben bedeuten könnten also ich will euch dann nur noch eins auf dem weg mit geben den rest das können dann andere machen bei diesem buchstabe hier oder bei dem sieht man jetzt ich gehe mal noch ein stückchen ran da sieht man jetzt eine sache wenn ich jetzt mal einen stift hier nehme ich hoffe das geht keine ahnung ne hier ist das fetter gedruckt als hier und hier ne und das liegt an der das auf was das geschrieben ist das ist eine tierhaut also tier leder oder haut gegerbt glaube ich ja genau gegerbte tierhaut und ich glaube es ich weiß es nicht ganz genau ne und auf jeden fall wurde das mit feder oder oder tusche oder irgend sowas geschrieben und haben uns uns mich als das glaube ich oft für mich ist dann glaube ich aufgefallen liebe grüße an der stelle dass bei einer tusche beziehungsweise feder musst du ein bisschen darauf achten wie du schreibst also explizit absetzen und nicht absetzen weil sonst kannst du spritzer machen wir hatten das dann irgendwo auch also ein paar spritzer ließ von eben von der schreibweise hier wahrscheinlich dieser jetzt im kreis oder also ganz genau kann ich jetzt auch nicht hier hat ein bisschen geschmiert das also geschmiert nicht das kommt einfach weil er wahrscheinlich eine feder oder eine tusche verwendet hat so und da fängt man hier unten an ach du heimatland ist ja viel zu groß ich mache das jetzt mal anhand dieses beispiels hier weil ich jetzt ich krieg's hier in dem programm irgendwie nicht hin sorry dass man hier anfängt hier hoch rum so rum und so ne wie gesagt das ist jetzt hier nicht so perfekt es kann nicht sein dass er es hier so gemacht hat und was weiß ich aber bei dem hier im hintergrund sehen wir auch an der an der farb identität sag ich mal dass er eben hier ist es ja mehr farbe also muss er hier wahrscheinlich angefangen haben und zack und wir vermuten dass es ein h ist keine ahnung ne macht es nur noch nicht ganz so viel sinn aber ich denke dass das eben kein th ist das ist oder ich weiß es nicht ne kann auch ein th sein aber vom vom schreiben her von der tusche und der feder ist es wahrscheinlich ein h dass der einfach das so gemacht hat weil wir brauchen das ja nicht mehr wir machen ja ein strich nach unten noch ein und ein rüber fertig so wenn du das wenn er jetzt den weiter runter gemacht hätte weiß ich nicht ob es ich weiß nicht ich würde sagen es ein h vielleicht könnt ihr ja mal in die kommentare was seht ihr hier für ein buchstabe dem buchstabe das wird ja wahrscheinlich ein u sein oder keine ahnung und hier hätten wir noch das c keine ahnung da müsste man jetzt mal im alt hochdeutsch irgendwas gucken was dieses c bedeutet das könnte ja dann auch tag tage tag der tage oder was weiß ich heißen das muss man dann eben das muss man mal gucken zum beispiel hier hätte man es dann ist hier wieder mit diesem strich nach unten auch wieder das ähnliche wort tag 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 mal eine vermutung gleich ich will nicht was sagt ihr dazu lasst mal eure meinung in die kommentare ich finde es auf jeden fall ganz interessantes thema zumal wir eben über die zufällig da wieder mal drauf gestoßen sind sag ich mal gut das soll es so gewesen sein lasst knacken tschüssi